herzlich willkommen zu kit nummer vier vier kaffee im tonstudio mit chris und dierk aus der musikschule hier in lindern guten morgen genau guten morgen in die runde beziehungsweise je nachdem wann ihr es euch anschaut guten abend und das wichtigste dürft ihr euch gerne holen kaffee tee ein kalt getränk heiß getränk wie auch immer ja es gibt viele neuigkeiten rund um musikschule und wahrscheinlich auch viele neuigkeiten die euch interessieren ich möchte ganz gerne vor weg sagen dieses video richtet sich an alle eltern an alle schüler der musikschule aber natürlich auch an neu interessierte die irgendwie informationen rund um musikschule shop und co haben möchten denn großes thema ist natürlich die verordnung von letzter woche samstag genau das ist natürlich was uns auch trifft dass wir noch nicht wieder aufmachen dürfen genau ist ja nun mal so alle anderen oder viele anderen dürfen schon aufmachen und das grenzt so ein bisschen am verständnis ermählich und ja es ist wie es ist wir müssen natürlich durch aber schon schwer zu verkraften teilweise ja die meinung über die verordnung der landesregierung in die rachsen spalten sich etwas tatsächlich was wir auch mitbekommen und ich möchte über diesen weg den oder ich möchte diesen nutzen um euch als eltern als schüler über viele dinge neu zu informieren denn ich bekomme sehr sehr häufig anfragen hey chris weißt du schon was neues über verordnung oder 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 ich möchte dazu sagen nein ich bekomme als musikschulbetreiber oder musikschulleiter nicht unbedingt ein zwei tage vorher an der die neue verordnung oder vor verfassung oder 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 sondern für mich ist immer der fall die bundesregierung tagt mittlerweile weiß ich schon okay dann tagt in der regel im regelfall zwei tage bis drei tage später die landesregierung und dann eventuell ersten tag später also das kannst du drei vier tage dauern bis nach der bundesministerkonferenz die neue verordnung draußen ist der landesregierung in dieser sachsen denn die ist für uns hier relevant so sieht es aus und dann könnte es aber gegebenenfalls noch mal einschränkungen geben seitens des landkreises also das gibt es auch noch kommt aber relativ muss man auch sagen kommt relativ wenig vor also wir haben bisher glück gehabt man muss dazu sagen kloppenburg ist derzeit spitzenreiter mit inzidenzwerten und co aber nun denn darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen zurück zum thema verordnung das bedeutet sobald wir irgendetwas neues wissen hinsichtlich öffnung hinsichtlich keine ahnung wir dürfen kopfstand machen melde ich mich bei euch also das ist ganz ganz wichtig zu verstehen ja die verordnung von letzter woche samstag besagt dass kein präsenzunterricht stattfinden darf dass kein außer schulischer unterricht stattfinden darf das bedeutet wenn lehrkräfte zu schülern nach hause hinfahren dürfen oder sollen das darf nicht stattfinden genau wir sind quasi mehr oder weniger an dem punkt wie vorher auch also selbst click and meet und co sind für uns ja kommen irgendwie noch nicht wirklich in frage ich möchte dazu sagen dass durch die tätigkeit auch im bundesvorstand und durch ja das mitwirken in dem in dem landesverband der freien musikschulen dass ich tagtäglich auf dem laufenden gehalten werde was die öffnung der musikschulen angeht es gibt auch seitens des landesverbandes auch also nicht nur von dem verband der freien musikschulen dem wir zu gehören sondern auch von dem verband der musikschulen dazu gehören viele kommunale musikschulen unter anderem auch die kreismusikschulen oder musikschule ist im landes und 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 diese verbände oder gerade auch der bundesverband wir üben schon viel druck auf die politik aus und wir versuchen auch verbandstechnisch dort in einem maße druck auszuüben dass die politik auch merkt okay es ist wichtig musikschulen aufzumachen natürlich gibt es da wie soll man das formulieren es ist fingerspitzengefühl angesagt und es gab auch von mir letzte woche sonntag haben viele eltern viele schüler von mir eine rund mail geschickt bekommen eben dass wir nicht öffnen dürfen man muss damit mit fingerspitzengefühl rangehen damit das ganze irgendwie funktioniert denn das merken wir auch im moment treten wir da ganz schön auf die ja wir kommen da nicht wirklich weiter sagen wir es mal so ich darf natürlich nicht zu viel verraten aber wir kommen derzeit nicht wirklich weiter weil es alles ein bisschen abgeblockt wird von der landesregierung beziehungsweise von den zuständigen ministerien aber wir kümmern uns das ist der springende punkt also es ist nicht so dass wir uns hier zurücklehnen und sagen hey alles klar nee auf keinen fall wir arbeiten daran und wir machen und wir tun und das möchte ich euch auf diesem wege mitteilen in vielen bundesländern sieht es ein bisschen anders aus nordrhein-westzahlen oder brandenburg die dürfen ganz normal präsenzunterricht mit einzelunterricht machen dürfen auch gruppen mit bis zu fünf personen machen teilweise lassen träger oder kindergärten dann auch lehrkräfte in die kindergärten rein und sowas das hat alles niedersachsen nicht das dürfen wir alles nicht und demnach ist noch ein bisschen geduld angesagt aber wir hoffen dass es natürlich schnellstmöglich wieder funktioniert absolut das können wir alle nur hoffen unter wir sehnen uns danach wirklich wir müssen aufmachen ja das ist einfach so ja wirklich das ist so ich meine versteht ich meine man kann ja diskutieren klar sicherheits- und schutzmaßnahmen und sowas alles aber wenn das alles gegeben ist wenn friseure und sowas dürfen auch aufmachen können ich den auch ein ist alles überhaupt kein problem ist ja auch alles gut und so aber wir haben bestimmt mit plexiglasscheibe dazwischen und mundschutz und lüften zwischendurch haben wir eigentlich machen wir doch eigentlich alles richtig ja also wir halten alle hygienemaßnahmen ein und wir bemühen uns alles zu machen damit wir damit wir hier einen regelbetrieb einhalten können genau habe ich noch was zu den verordnungen vergessen zu den verordnungen nicht ich glaube das ist das ist soweit der punkt zu den zu den neuen verordnungen im zuge dieser verordnung der gedanke kam heute morgen nämlich auf von von meiner seite und dieser wurde relativ kurz mit dem team abgesprochen im zuge dieser verordnung möchte ich bzw biete ich es an an einer offenen fragerunde teilzunehmen das bedeutet jeden nicht jeden mittwochabend aber nächste woche mittwochabend starten wir den ersten durchlauf biete ich es an an einer offenen fragerunde von 19 uhr bis zum 20 uhr teilzunehmen das ganze wahrscheinlich über go to meeting so dass ihr als eltern ihr als schüler mir fragen stellen könnt als musikschulbetreiber oder auch als musikschulleiter die ich dann in dem oder in dieser fragerunde beantworten kann auch wirklich gerne beantworten möchte und sollten es deswegen habe ich auch diesen termin gewählt sollte es tatsächlich fragen sein die das gesamte team betreffen von uns als lehrkräften dann haben wir nämlich derzeit immer wöchentlich von 20 uhr 30 bis open end ein team meeting bei dem ich diese sachen mit anbringen kann das würde ich aber auch dann in dem in dieser fragerunde sagen und würde dann dementsprechend das ganze mitnehmen in die nächste konferenz mittwochs abends so dass wir das im team besprechen können das bedeutet mittwochs von 19 uhr 20 uhr immer im monatlichen rhythmus alle vier wochen das bekommt ihr dann aber auch per mail biete ich eine offene fragerunde an da können sich alle die lust haben auch gerne neu interessierte dazu schalten können fragen stellen die ich dann beantworte und ich freue mich da auf einen regen austausch sollten es tatsächlich kundenspezifische sachen seien fragen zum vertrag oder fragen zu weiß ich nicht mein kind braucht eine neue gitarre oder sowas da gerne einfach durchrufen e mail schicken und dann bekommen die auch beantwortet das ist allerdings also für mich ist dieser weg eine möglichkeit mit vielen eltern in kontakt zu treten denn ich bekomme als musikschulleiter relativ wenig informationen von eltern von schülern die bekomme ich halt von euch als lehrkräfte und da dem möchte ich halt einfach so ein bisschen entgegen kommen und sagen hey ich möchte euch das gefühl geben dass wir alle für euch da sind nicht nur die lehrkräfte auch ich als musikschulbetreiber möchte meine lehrkräfte behalten alle lehrkräfte behalten sodass wir auch über diesen lockdown hinaus dann weiter eure kinder oder euch unterrichten können so wie wir es vorher auch gemacht haben genau schaltet euch ein diskutiert mit redet mit uns dass wir irgendwie da durchkommen bzw dass wir lösungen finden vielleicht habt ihr ja irgendwelche fragen die euch unsere fingernägel brennen oder so und ihr wisst nicht rufe ich der jetzt an oder nicht dann nehmt einfach an diesem meeting teil fragt ganz einfach und dann werden wir irgendwie eine lösung finden für alles genau oder wenn ihr auch einfach nur zuhören wollt könnt ihr auch ist überhaupt kein problem denn ich glaube es gibt immer wieder es sind natürlich das merke ich natürlich auch es sind immer wieder viele fragen die gleich sind oder die so in die gleiche richtung gehen und die können wir da in einer solchen fragerunde gerne beantworten ich bin dankbar für low für kritik sei es negativ sei es positiv denn wir auch wir das muss man halt bedenken auch wir können nur wachsen und unsere arbeit besser machen wenn wir die kommunikation mit euch suchen und wenn wir natürlich dementsprechend von euch dinge bekommen mit denen wir dann arbeiten können genau ja wenn euch irgendwas nicht richtig passt oder wenn irgendwie sagt das könnte aber besser laufen so und so dann sagt uns das einfach ich meine konstruktive kritik kann man immer gut gebrauchen und da die nehmen wir gerne gerne an genau das ist so also nächste woche mittwoch von 19 uhr bis 20 uhr den link findet ihr auch oder finden die eltern und die schüler in der e mail findet ihr aber auch hier unten in der beschreibung in dem video und ich freue mich darauf viele interessante und neue gesichter zu sehen und auch ja einfach ein gespräch zu führen und genau das sind die ersten beiden punkte verordnung und das online meeting mit der offenen fragerunde kommen wir zu einem recht erfreulichen punkt tatsächlich und zwar zu einem live stream konzert hat zwar relativ wenig mit der musikschule zu tun die die mich kennen werden wissen ja doch das hängt doch irgendwie zusammen aber die cracker jacks dürfen nächste woche samstag in der stadthalle spielen unter bestimmten hygienemaßnahmen und auch hygiene vorschriften der landkreis kloppenburg hat diesen live stream konzert stattgegeben da es eine berufliche ausübung ist und wir somit auch den auszubildenden der stadthalle kloppenburg bei seiner praktischen abschlussprüfung unterstützen so dass er dann eben auch seine ausbildung besteht wir drücken dem jungen jetzt schon ganz dolle die daumen dass das ganze klappen wird freuen uns wenn ihr dazu oder euch dazu schaltet am 20.3 ab 20 uhr auf facebook youtube und instagram da treten dann die cracker jacks auf und genau ich freue mich einfach wieder auf der bühne zu stehen ich freue mich für euch auch allein schon das gefühl zu haben so es geht wieder weiter irgendwie irgendwas passiert an musik irgendwas passiert da nicht nur einfach radio auftreten oder mit cd reinschmeißen oder so sondern es passiert live wieder was ja seid dabei genießt das zieht es euch voll rein das ist dieses dieses live spielen das ist auch vor menschen ich meine da werden vielleicht vier menschen vor der bühne sein die für die gesamte technik dann verantwortlich sind und so was ja also wir treten vor vier menschen auf vielleicht fünf oder so aber alleine das ist schon einfach mal wieder zu spielen und und ich war vor vor zwei tagen im auto unterwegs und habe ein live konzert gehört und mir standen die tränen in den augen weil ich dachte man vermisst das so sehr dieses auf der bühne stehen die gitarre anzuschmeißen das mischpult die technik alleine die technik aufzubauen und den ganzen krempel immer zu verkabeln ja hat man ein anderes verhältnis zu gekriegt ne früher das kabel noch wieder aufrollen und das wieder und so und da hat man aber scheiße du musst gleich noch eine stunde abbauen und du musst noch zwei stunden nach hause fahren bist du jetzt morgens um sechs wieder da ich würde jetzt zwei stunden aufbauen und drei stunden abbauen ja das ist mir völlig egal fünf stunden in fahren das ist mir völlig egal und dann irgendwo im total verrosselten bulli irgendwo pennen übernacht sehr gerne bitte ja wer also irgendwie gerne live musik haben möchte wendet euch an uns wir kriegen das alles hin genau das zu diesem live stream konzert cracker jacks 20.03 ab 20 uhr auf facebook youtube und instagram genau einschalten unbedingt es gibt zwar jetzt in den nächsten tagen und wochen zwar kein live konzert auf norderney dafür gibt es aber diese schöne kinder cd sing und tanzlieder mit chris warum erzähle ich euch das weil ich morgen nach norderney fahren darf und dort in den edeka märkten diese kinder cds ausgestellt werden die es dann käuflich zu erwerben gibt das bedeutet wer in diesem jahr einen kurzurlaub oder sprung nach norderney macht der darf gerne einfach mal in den edeka märkten vorbeischauen und diese kinder cd mitnehmen denn das ist tatsächlich ein punkt an dem ich im moment sehr sehr viel arbeite dass wir diese kinder cd in viele supermärkte bekommen oder auch discountern bekommen sodass wir viele 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 kinder erreichen die dann spaß daran haben die mit mir auf dieser cd singen tanzen klatschen und koker die resonanz auf der cd ist wirklich bombastisch muss man sagen ja das ist wirklich das läuft wirklich richtig gut ich bekomme viele tolle feedbacks wie die kinder mitmachen und auch wie toll das gesungen ist und wie auch diese ich glaube das besondere an dieser cd 16 lieder sind da drauf das besondere an dieser cd ist einfach der pädagogische hintergrund denn während ich diese lieder gesungen habe oder während ich diese lieder auf der cd singe gebe ich immer wieder anleitung was die kinder zu tun haben beispiel jetzt das linke bein bewegen jetzt das rechte bein bewegen den linken arm den rechten arm und so und das binde ich mit in diese lieder ein so dass die lieder nicht einfach nur gehört werden sondern dass die kinder mit dieser cd gewisse dinge lernen farbenlehre motorik feinmotorik psychomotorik es gibt so viele motorische sachen was die kinder heutzutage lernen können wusste ich auch noch alles nicht aber man lernt ja mit der zeit dazu ja das ist so deswegen solltet ihr auf meiner und unserer lieblingsinsel sein gerne einfach mal in den edeka märkten vorbeischneiden kinder cd mit einpacken und auf der rückfahrt genießen ja mit den kindern ich habe mal ein tolles video bekommen da hat eine kleine eine kleine tochter lauthals an wirklich lauthals grün 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 sind alle meine kleider mit gegrillt und die mutter saß daneben hat das gefilmt ich glaube die dachte auch alter der ist total bescheuert aber ein tolles video und ich freue mich wirklich über solche sachen genau das soweit zur kinder cd und im zuge von musik machen und weil wir bei den kindern sind kommen wir jetzt mal zu zwei instrumenten welche ich in einem video vor ein paar tagen auch schon vorgestellt habe und zwar sind das die so genannten nino steel tongue drums ganz neu frisch auf dem markt ja du bist vorhin hier in die musikstuhl reingekommen und hast hier dich so ein bisschen eingerichtet hast die instrumente gespielt während ich in einem nebenraum war und dann hast du irgendwie auf diesen instrumenten gespielt was war dein erster eindruck mein erster eindruck war von diesem instrumenten dass es ein wirklich ein warmer wohlklingender ton ist der innerlich berührt und beruhigt meine ich bzw weil das ist das sind so einer klangschale nachempfundene töne und die ein beruhigendes gefühl die vermitteln das ist das ist was anderes wie zum beispiel bin ich da jetzt neu xylophon stehen habe oder sowas und die kinder man merkt das ja die wollen immer mehr und es wird immer lauter und hier ist das wahrscheinlich diese andersrum philosophie dass man hier einfach nur diesen ton genießt diesen ruhigen ton das schöne ist halt auch du kriegst die instrumente nicht kaputt weil du ja gerade sagt dass ich will immer mehr wenn ich so kleine kinder nehme die dann eine trommel haben ja zum beispiel oder ein djembe oder so sondern ballern die da irgendwann voll drauf rum und du denkst als elternteil das hat so viel geld gekostet und so und und hier kannst du halt eben die werden ausgeliefert ich weiß nicht ob man das sehen kann mit so zwei kleinen gummi köpfen oder schläge mit einem gummikopf drauf und diese instrumente sind halt auch stahl also die können euch auch runterfallen ihr habt hier an der seite so eine gummi beschichtung und habt auch ein gummi fuß so dass ihr die auch hinstellen könnt sind ungefähr eine handfläche groß und erzeugen halt eben töne die einfach auch mal anders sind als diese typischen glockenspiele oft verbindet man musikalische früherziehung ja mit glockenspiel triangle rassel klanghölzer ja und das was ich so interessant finde an diesen sachen ist halt eben dass es einfach mal ein anderes instrument ist was auch in der theorie nicht kaputt gehen kann absolut niemals also ich glaube da kann ein auto drüber fahren das juckt das nicht von der verarbeitung sind die auch sehr gut weil gerade bei so ausschnitten bei stahl oder sowas gibt ja manchmal kann sich dann so ein grad ergeben wo sich kinder verletzen können und so aber das ist alles so eine top qualität und sehr gut verarbeitet muss man wirklich sagen und es erzeugt hat wirklich einen sehr sehr beruhigenden ton und die gibt es in zwei farben in weiß und in rot genau in weiß und in rot und wir haben tatsächlich auch schon die ersten verkauft das bedeutet wenn ihr interesse habt an diesen mino steel tongue drums die liegen bei 39 euro 90 und vielleicht mal zum vergleich die erwachsenen modelle liegen die günstigen modelle fangen bei 200 euro an das ganze geht aber auch mal ganz gerne schnell hoch bis hin zu zweieinhalb tausend euro das bedeutet wer auch als erwachsener interesse hat an diesen meditativen klängen der darf gerne ein nino steel ton set beziehungsweise eine nino steel ton drum bestellen um auch seine yoga übung zu machen glaube ich ja oder ein konzert zu zweit spielen wirklich richtig runterfahren ja das ist wirklich so ja es gibt doch auch diese wie heißt diese diese in hawaii diese klangschalen diese großen wie heißen wir noch aber weißt du das ist so ein instrument da kann man so das kannst du den ganzen abend benutzen immer wieder mal so ping pong machen total cool sehr gut ja die können wir auf jeden fall für euch besorgen beziehungsweise wir haben die auch wir haben die auf lager wir haben die auf lager haben genau und apropos lager wir waren letztes wochenende fleißig und haben in unserem lager viele sachen umgebaut ausgeräumt neu gemacht gestaltet und 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 das bedeutet wenn ihr bei uns im shop sachen bestellt gehen die wenn diese bestellung bis mittags eintrifft noch am gleichen tag raus sollte die nach der mittagszeit eintreffen dann erst am nächsten tag aber wir haben alle sachen die bei uns im shop sind sind theoretisch außer es ist tatsächlich mal von meiner seite aus dem programmier fehler sind auf lager haben wir da und wir freuen uns und sind auch sehr sehr dankbar dafür wenn wir bestellungen bekommen und wenn wir damit glücklich machen dürfen und genau das haben wir letztes wochenende gemacht und ja ich glaube wir sind jetzt am ende von kit nummer vier kaffee im turm studio außer du hast noch etwas was du den menschen da draußen mitteilen möchtest ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei meinen ganzen schülern bedanken oder ganz ganz großes dank an alle schüler die uns echt die stange halten im moment das ist echt für alle eine richtig scheiß zeit und wir drehen uns jede woche immer wieder im kreis ist ich meine da gibt es wirklich nichts neues wir dürfen nicht nicht aufmachen nichts ist wir ringen hier um um hier um unsere existenz sei ich jetzt mal schon fast und deswegen noch mal ganz ganz herzliches dankeschön von uns von der musikschule an euch schülern dass ihr bei uns bleibt und uns die stange haltet wir sind auch immer für euch da ihr könnt auch jederzeit anrufen das ist jetzt ja wirklich eine ausnahmesituation wenn ihr was habt ich habe das mit meinen schülern jetzt auch die können mich haben zum was weiß ich und donnerstag abends um halb zwölf anrufen ich bin noch gerade bei der gitarre bei helfen noch mal eben wir sind auf jeden fall immer für euch da da könnt ihr euch darauf verlassen und ja besten dank noch mal auch von meiner seite das ist wirklich eine herzensangelegenheit das ist nicht selbstverständlich das wissen wir auch eure solidarität eure treue gegenüber dem unternehmen und auch eure verbundenheit gegenüber unserer musikschule wir wissen das sehr wohl zu schätzen und wir möchten auch danke sagen vom herzen danke sagen und ich glaube man kann gar nicht oft genug danke sagen ist recht so ja ja wir geben euch das zurück und wir geben unser bestes und wir wir versuchen alles mögliche zu tun sodass ihr sagt ja wir sind mit euch als musikschule zufrieden und wir gehen gerne zu euch hin ihr habt tolle lehrer ein tolles team ihr macht eine tolle arbeit rund um schule shop und co und wir wissen das ganze wert zu schätzen und toll 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 dass die nächsten wochen dass es bergauf geht und dass wir hoffentlich nachdem viele dienstleistungsbranchen oder auch einzelhandlungen co wieder öffnen durfte dass wir denen nachfolgen dürfen und dass wir auch in den nächsten wochen folgen dürfen danke an dieser stelle für eure aufmerksamkeit und genau habt eine schöne woche das war es von kit nummer vier kaffee im tonstudio mit chris und dirk nächste woche sehen wir uns wieder dann auch abends von 19 bis 20 uhr mit der offenen fragerunde ja genau genau und alles weitere vielleicht haben wir in einer woche noch mehr news die wir euch dann auch schon hier über das video format mitteilen können aber jetzt sagen wir an dieser stelle erstmal tschüss danke für eure aufmerksamkeit und bis nächste woche alles klar macht's gut bis dann tschau